Hallo Kinder, ratet mal wer hier ist. Ja, ich bin's, Bob. Kommt mit zur Lernstraße mit Bob. Hallo Kinder, ich bin Bob die Bahn, euer DJ und Gastgeber. Willkommen zu unserer Phonix-Show. Die Teilnehmer in dieser Show sind die Buchstaben des Alphabets. Ist das nicht cool? Sie werden singen, tanzen und uns Klänge beibringen, die mit den Buchstaben beginnen. Und jetzt ein großes Hallo und Willkommen an unsere wunderbaren Preisrichter. Seid ihr bereit, Preisrichter? Ja, Bob. Zwei Stöcke überkreuz gelegt, ein Hut und eine Feder. Begrüßen Sie bitte Mr. X. X, 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 Mr. X. X, 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 kannst du das sagen? Dann heb die Hand, wir wollen es wagen. Das ist ein Weihnachtsbaum, ich geb es zu. Doch ich sag lieber X Messbaum dazu. Ein X, 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 X Messbaum, ein X, 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 X Messbaum. Bist du auf einem Xilophon, dann macht es einen süßen Ton. Ein X, 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 Xillophon, ein X, 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 Xillophon. Ich kann durch deine Weste sehen Ein X-Ray kann noch viel tiefer gehen Ein X-X-X-X-Ray Ein X-X-X-X-Ray Ich hab meinen persönlichen Schatz In einer Box mit genügend Platz Eine B-O-X-X-X-X-Box Eine B-O-X-X-X-X-Box Was für ein Knäuel springt da herum Das ist der Fuchs, der ist gar nicht dumm Ein F-O-X-X-X-X-Box Ein F-O-X-X-X-X-Box Sind die Spielsachen einmal kaputt Reparier ich sie, das tut gut F-I-X-X-X-X-Fix F-I-X-X-X-X-X-Box Kannst du die Zahl der Stöckchen zählen Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs S-I-X-X-X-X-X-Box S-I-X-X-X-X-X-Box Wir machen aus geschmolzenem Wachs Die Kerzen auf dem Kuchen für meinen Schatz W-A-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X Danke an Mr. X und die tollen Richter! Wir sind bald wieder hier, um den süßen Klang anderer Buchstaben des Alphabets zu hören. Bis dann! Adios! Hey Kinder! Seht euch dieses Video nochmal an und zählt die Worte, die mit den Buchstaben dieser Episode beginnen. Vergesst nicht, die Antwort in der Kommentarrubrik weiter unten einzutragen. Danke!